herzlich willkommen hier ist meine erreichungsfolge hier in thüringen die mission ist auch fertig das haben wir noch fix gemacht über nacht und jetzt wäre wenn man sehen wir noch machen können heute mal ein bisschen holz verkaufen die mission war nicht ganz so finanziell erfolgreich aber wir haben mal die erfahrung gemacht mit den neuen DLC muss ich leider sagen mit verbindung mit cosplay wir haben auch eine alte version wahrscheinlich dass damit nicht gut lief und vielleicht zwei abgürze hatte aber schon im live stream ungünstig den Augenblick aber gut das ist halt passiert und ich fahre alle takte mit autos zurückgefahren zum ruf und ich kann den blauen auch nicht gleich einer ist noch blockiert irgendwo fahrzeug ja und so ist das halt nicht so viel spaß ich muss die kühe versorgen ja das angekommen wachstum stufe ist durchgegangen oder ja sicher gerade wenn man gleich dünnen auf verhältnummer 60 wird hier geparkt mit 12.000 reichen die 13.000 auf feld nur 38 sind glaubt sonnenblumen erst abdicht zucker rüben haben so gedacht dann viel spaß hast du das nicht vorgehabt man fällt mit zucker rüben ernten mit knapp 40 hektar na das steht nicht ganz oben bei mir auf der beliebtheitskala dein wunsch macht zu rüben ernten ja vielleicht einen hektar aber 40 das muss ja lohnen 40 hektar schlecht aber das ist mir doch schon ein bisschen zu viel erweitert oh mein feld ist grün geworden aber mit ein fahrzeug geht groß war immer ganz gut so die zwei hektar sind fertig ich war mal dann die fünf habe ich ja auch noch mensch feld fünf habe ich auch noch kurs berechnet was gleich gehört gar nicht gemerkt na fünf ist auch muss gedüngt werden sicherlich feld 10 wo ist denn das war das ist weit oben das ist bei der 13 das ist nördlich von der 13 dann müsste ich das ist erst kalken normalerweise sie meinen deutsch nicht ein auto rein hier wollen wir den beiden jeep wegfahren hier pick up hier jetzt wollen wir gleich mal den dünger rausschmeißen dann wollen wir gleich mal zum dings kaufen und kalk kaufen weil die sehmaschinen brauchen dann viel kalk äh die düngermaschinen kalk fressen sie ohne ende und wenn wir gleich mal feld nummero fünf kalken und dann gleich im Anschluss düngen das geht auf 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 da soll jetzt eine kalk rein hopfer klappt auch normalerweise schon diesen einen mod erweiterer ok Ich hab den Timer nicht gedrückt. Oh, macht nichts. So. Dann wären wir gleich mal. Jetzt brauch ich einen Traktor. Ich brauch einen Traktor. Oder ich fahr jetzt mal hin zum Landhandel Müller. Dann fahr ich hin zum 5.5. Dann hol ich mir die Düngermaschine. Und mach den noch näher. Und dann ja, auch zum 5. Ja, Holz hab ich auch noch. Ja, kommen wir nicht zu. Aber die Felder sind wichtiger, dass die bestellt werden. Und, und, und. Also, im Grunde haben wir Glück gehabt, dass ich mit Feld 11 noch fertig wurde. Jetzt garantiert gewachsen. Ja. meine Wiese muss ich noch dünnen. Oh. Und ich müsste die Ballen mal einsammeln. Kühe. Mensch, die Kühe. Was magst du mit dem Ballen? Mischfutter zeigen, oder? Ja. Ich hab eh zu wenig normalerweise. Aber. Wird ja keinen Sinn machen, wenn ich jetzt eine PKA entwerfen würde. Wenn ich ja wieder kaufen müsste. Ja. Die kosten nämlich im Kauf. Äh. Richtig viel Geld. 2200 pro Ballen. Und da kann ich mir lieber die Gelbeherstellen. Wollen wir ganz kurz gucken. Ja, die Kühe haben noch ein bisschen. Futter und Wasser haben sie auch noch. Putzen müsste ich hier auch noch ein bisschen. Aber das kriegen wir jetzt gleich hin. Mit Baltec. Äh. Ja. Das müsste ich mit Crossplay machen. Kalk streuen. Und nachfüllen. Und nachfüllen. Haben wir auch für 8000 mal kurz mal Kalk gekauft. Euro. Alle wollen sie Geld haben. Nur zahlen wollen sie nichts. Aber jetzt merke ich schon. Der Hänger hat 57 Tonnen. Das Traktor sich quält. ja ich fahre zu feld 5 und dann hole ich mir her den düngerstreuer, muss ich aber vorher auch leer machen, das darf ich nicht vergessen oder ich kann den dünger ja mitnehmen und da abladen und später dann wieder aufladen weg auf 23 ja mittlerweile tag 7, früher Frühling, super, bald kommt der sommer und dann kann ich Hafer ernten oben in 5 km, später Frühling haben wir schon, ja, ja, tag 7 jetzt kommen wir 8 und 9, dann haben wir bald Sommer, tag 10 nur Sommer hier stehen viele Wälder, schöne Bäume schönes Holz da sind wir, bei der Gerste da stell ich mich mal ganz rechts hin und dann probiert man mit Kurspläne her, beladen ist doch feld 5 ja gut, müssten wir mal umhängen ich brauche hier, düngersteuer den anderen hier ist so ein Rübenfeld hier, bei mir in Ecke bei 5 bei 5 bei 5 mhm das müsste feldnummer wo 6 6 ist daneben, ne 8 ne ich kriege den nicht überzeugt von die Rüben kannst mich nicht überzeugen, ne ich brauche Zucker ach ja ich habe aber noch Erdbeeren eingezuckert ich habe mir Erdbeeren gekauft das war im Angebot, wenn du zwei Schachteln kaufst, du zahlst weniger also ein Kilo Erdbeeren muss ich ja noch essen also ein Kilo ist ja wenig viel, ne aber das schaffe ich locker das ist ja nur Wasser von der Frucht her, ne ich kriege mal die Erdbeeren essen kann normalerweise leicht gezuckert, das ist lecker du musst hier gleich die Wiese düngen normalerweise das ist jetzt eh angefacht das müssen wir leicht machen und dann noch die Ballen näher holen oh je, so viel Arbeit so viel Arbeit so viel Arbeit ich könnte noch einen Knecht einstellen aber wir haben ja keinen hier, ne nö Opa hat immer früher gesagt der Knecht kriegt im Monat 30 Mark und kost und logis frei hat er mir erzählt bei ihm auf der Couch gelegen habe hat er mir mal erzählt von früher wie das Leben so war hat er es erzählt wenn er mal besoffen war das Pferd hat immer nach Hause gefunden im Pferdewagen Ja, das ist ein sehr wertvolles Pferd Ja, die Pferde wissen es allgemein und das Gute war früher sind praktisch keine Autos gefahren da war das Prinzip gefahrlos da hatten ja nur drei Autos gehabt, das war damals der Sohn vom Graf hat er erzählt wenn glaube ich die Polizei glaube ich keine Ahnung, drei hat er gerade im Auto die haben nicht gehabt So, wir können mal schnell mal wieder düngen hier falls er noch mehr wächst wird bitte düngen hier immer wieder mähen können, ne auch noch mehr Futter für die Kühe Corona Hallo Stefan Hallo Stefan, was macht Corona Ah, der wird nicht zuschauen 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 Hier ist Corona-freie Zone eigentlich normalerweise Oh, da rast er immer ganz schön Habe ich gesehen Ja Ah, da bist du drüben im Deutz, oder? Ja Siehst du, wie bei mir der Fendt der Fendt majestätisch am Hügel oben steht Wo, wo rechts Wo, wo er abgeholzt hat Wo er abgeholzt hat Ja, ja Wie ein Wahrzeichen steht da oben noch Hast du halt zu mir gebracht? Nein Nein, ich habe nur Ich habe nur gar nicht aufgelopft Dann lass mal liegen, holt ihn ja ab Kannst du die Arbeit sparen Bring ja Bring ja ein paar Zahnstocher weg wieder Achso Die kleinen Ich brauche noch Moos Moos, ohne Moos Nix los Ohne Moos nix los, ja Die Mission war ja im Prinzip kein Profitgeschäft Aber gut, was soll's Also mit Mietfahrzeugen Mit zwei Mietfahrzeugen im Prinzip Na gut, wir haben ja beide gefahren nachher Aber trotzdem Mietkosten sind zu teuer Muss man eigene Fahrzeuge haben Große Fahrzeuge, dann geht's Ansonsten Lass die Bauern den Tret allein machen Wenn der Dünger alle ist, dann geht's zum Feld Nummer 5 Die Gerste kalken Und dann düngen Ja, die Mietfahrzeuge sind zu teuer Das ist das Problem Ja, die Mietfahrzeuge sind zu teuer Das ist das Problem Aber ich brauch's mal probieren Aber ein Fahrzeug wär zu wenig gewesen Der ist nicht geschafft Der hätte die ganze Nacht noch arbeiten müssen Der hätte die ganze Nacht noch arbeiten müssen Hättest du nicht schlafen können Ja, da war ich einfach schlafen Ja, da war ich einfach schlafen So liebe Schauer, das soll's jetzt für heute gewesen sein Ich sag mal tschüss und tschau tschau